So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO bzw. es ist wieder Zeit für Ramses Minus. Diesmal gucke ich genau hin, ich sehe Ausschlag beim Mikrofon, das heißt, es ist Ton. Wir haben Ton, was mich besonders freut, denn die allerletzte Folge Ramses Minus habe ich aufgenommen. Mein Computer hatte vorher ein Update. Durch das Update hat sich das Mikrofon entkoppelt, habe das nicht bemerkt, habe eine Stunde aufgenommen, geredet, gemacht, das war ultra genial. Lade das hoch und dann kommen die Kommentare, das Video hat keinen Ton. Ich habe drauf geguckt, keinen Ton. Ich habe es trotzdem oben gelassen. Komischerweise hat es mehr Aufrufe als alle anderen Ramses Minus Folgen, sogar eine bessere Bewertung als alle anderen Ramses Minus Folgen und es gibt wirklich Leute, die sich das komplett gegeben haben ohne Ton. Wir sind immer noch in der Hyperliga, ich habe jetzt zur Superliga zwei Folgen gemacht, die ich immer versuche dann am Wochenende, wenn viel Zeit ist, ist eine längere Folge Ramses Minus, die man sich am Stück angucken kann, rauszuhauen. Jetzt habe ich eine in der Hyperliga gemacht, halt ohne Ton. Das ist jetzt die zweite in der Hyperliga und dann müsste ja eigentlich schon wieder ein Wechsel sein in die Meisterliga. Und ich möchte euch auch zeigen, in der Superliga war es alles richtig verkackt. Ich habe eins von fünf gewonnen, eins von fünf gewonnen, eins von fünf gewonnen. Superliga ist nicht mein Ding. Hyperliga war richtig gut, Hyperliga. Ich habe fünf Kämpfe gewonnen, habe gesagt, oh mein Gott, guckt euch das an, die Siegeserie geht weiter. Sobald ich fünf verliere, höre ich auf. Wenn ich fünf gewinne, höre ich auch auf, weil es so gut läuft. Ich habe dann trotzdem eine Stunde durchgezogen, 15 Kämpfe. Habe vorhin, wollte ich nebenbei ein bisschen was kämpfen, habe gesehen, ich habe schon wieder ein ganzes Fünfer-Set für mich entschieden. Ich kann deshalb hier wieder alles abholen. Sternenstaub, hier eine TM, hier noch ein Sonderbonbon, hier nochmal Staub und natürlich auch die Pokémon-Belohnung. Und so gehypt möchte ich jetzt hier rein starten, wenn ich weiß, ich habe gerade einen guten Lauf und... Achso, ja, nee, doch. Jetzt wollte ich sagen, aber da kann ich ja fünf weniger machen, aber den kann ich nicht, weil insgesamt könnt ihr ja drei, vier, fünf, fünf Sets spielen, also 25 Kämpfe machen. Ich mache drei Sets, also wenn ich davor eins gespielt habe, habe ich trotzdem noch vier Sets übrig, aber nur drei schaffen es hier rein. Jetzt habe ich vergessen, das kommt aus der Bewertung, Bewertung aus der Go-Battle-League, deswegen bewertet man das auch mal kurz. Ist jetzt nicht so krass. Haben wahrscheinlich jetzt auch hier den Rangaufstieg, habe ich nämlich noch gar nicht abgeholt. Zack, 14 auf. Nichts. Gut, dann haben wir noch keinen Rangaufstieg, ist egal, aber mein Team, deswegen war der Titel ja auch, das alte wird das neue sein oder aus neu mach alt. Ich glaube aus neu mach alt einfach. Ich habe nämlich immer noch Giratina da mit Füßen vorne im Lead. Ich habe Machomai und Labras als Switch-Ins. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Es ändert sich so vieles permanent, die ganze Zeit. Aber ich habe einfach das und kämpfe einfach damit. Und schon habe ich einen Gegner, gegen den ich noch nie gekämpft habe. Das heißt, es wird wieder spannend. Wer zuerst wechselt, hat verloren. Spiel mal jetzt. Wer zuerst die Lada-Attacke hat, hat gewonnen. Ich habe gewonnen. Gut, was will er noch machen? Das ist Drache gegen Drache gefühlt. Das heißt, es müsste ordentlich reinscheppern. Außer er schildet. Wenn er schildet, dann kann ich natürlich auch schilden. Ohne jetzt irgendwie großartigen Nachteil zu haben, denke ich mal. Ich finde das immer sehr schön, wenn ich sehe, dass ich mehr Schaden mache als der Gegner. Jetzt sinkt mein Angriff auch noch stark. Aber vielleicht würde ein Drachenpuls, eine Drachenklau, ich weiß gar nicht, was das ist, Drachenpuls, trotzdem ordentlich Schaden machen. Und er ist auch weg. Fertig. So sieht das aus. Erstes. Also gewonnen. Das soll da rein. Impoleon. Gut. Da wäre für mich jetzt wahrscheinlich, dass Macho Mai eine gute Wahl gegen seinen Stahltyp. Aber ich möchte den erstmal noch ein bisschen drin lassen. Der soll mal bitte hier einen Charge-Move an mir machen. Der lädt wahrscheinlich jetzt unendlich auf, weil er weiß, dass ich nicht so viel Schaden mache. Mein Angriff ist ja zusätzlich geschwächt. Sonst würde das ein bisschen mehr abziehen. Aber es ist ja auch nicht effektiv. Also mal gucken, was seine Taktik ist. Er ist jetzt schon auf der Hälfte. Er wartet. Er wartet. Er farmt erstmal schön seine Energie runter, hin und her. Alles mögliche. Dann holen wir jetzt halt mal das Macho Mai rein. Und eigentlich müsste er mich jetzt mit Attacken überschütten. Wir lassen die erste durch, weil wir haben ja noch relativ viel Energie. Er fährt Aqua-Hubitze auf. Die trifft uns natürlich hart. Er macht gleich die nächste hinterher. Die wäre ich mal ab, in der Hoffnung, dass ich noch ein, zwei Schläge vielleicht trotzdem durchkriege. Borschnabel. Der hätte mich übelst weggerust. Und er wechselt. Und er wechselt auf Galagladi. Das ist natürlich jetzt schlecht. Denn ich habe nur noch einen Labras. Und der, wenn er Kampfmoves hat, da gucke ich in die Röhre. So. Das macht nicht viel. Mein Labras ist eh weg. Er hat noch ein Schild. Ich habe gar nichts mehr. Also ich habe jetzt das Nachsehen, denke ich mal. Da werde ich jetzt nicht mehr weit kommen. Obwohl, kommt natürlich auch wieder drauf an, was hat er für Attacken. Vielleicht hat er gar keinen Kampfmove dabei. Wäre aber natürlich schlau. Surfer wird abgeschildert. Mit einem weiteren Surfer wäre er wahrscheinlich auch tot. Aber wenn er jetzt hier irgendwas macht, dann ist es schon wieder vorbei mit der Siegeserie. Ich sage doch, ich gewinne fünf Matches, bin übelst gehypt, setze mich hin, drücke Aufnahme und direkt verloren. Es ist immer jedes Mal dieser Vorführeffekt. Alles super. Aber egal. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir gehen direkt in den nächsten rein. Ich habe ja gesagt, es ändert sich immer so viel in der GBL. Es kommen so viele neue Pokémon dazu. Es werden so oft die Attacken geändert. Das wechselt alles. Die ganzen Tierlisten werden durchgemischt. Es kann also eigentlich gar nicht gut gehen, wenn ihr ein Pokémon-Team habt von vor 100 Jahren und das jetzt immer noch nutzt. Ich habe immer so Bedenken, wenn ich der Erste bin, der wechselt, dass ich dann sowieso am Arsch bin. Aber ich habe halt jetzt mal gewechselt. Aber komischerweise habe ich, obwohl das Team so mega alt ist, relativ gute Erfahrungen damit gemacht. Was man jetzt hier nicht sieht, weil ich mache halt kaum Schaden, kaum irgendwas. Wir gehen mal ein Stück weiter. Wir nehmen mal ein Schild. Wir gucken mal, ob wir es auf dem Steinhagel drauf schaffen und ihm zeigen. Guck mal, wir haben zwei Moves. Da verraten wir nämlich schon gleich alles. Habe ich jetzt auf jeden Fall auch schon wieder ein schlechtes Gefühl. Hat ein bisschen mehr abgezogen, aber wird an sich nicht so viel bringen. Der kann mich ja jetzt eigentlich... Komm, nimm mit, nimm mit, ist egal. Ich hole jetzt auch meinen Giratina wieder rein. Das ist mir jetzt zu blöd. Mit einem komischen... Hier, dann lass es uns fair gestalten. Ich gegen dich, du gegen mich. So sieht es doch gut aus. Lass das machen wir mal aus dem Spiel. Also ich habe auch schon mal andere Teams probiert natürlich, aber mit anderen Teams komme ich irgendwie gar nicht zurecht. Verliere alles immer komplett. Und mittlerweile... Mit was greift er an? Lassen wir mal durch. Ich habe vorhin gar nicht darauf geachtet. Rambos. Rambos, okay. Aber er hat gerade erst gewechselt. Und weil er gerade erst gewechselt hat, können wir hier reinkommen. Wenn wir ein bisschen Wasser auf das Boden-Pokémon packen, müsste das doch auch gut sein. Warum bin ich vorhin nicht auf Lapras gegangen? Dann hätte er Giratina reingeholt und wäre erst recht am Arsch gewesen. Aber ich kenne sein letztes Pokémon nicht, oder? Aber er hätte jetzt nur zwei gesehen. Aber er kennt alles von mir. So. Ich weiß nicht, was er haben kann. Rambos hat er. Rambos ist Wurscht, glaube ich. Lassen wir mal die Wurscht auf uns zukommen. Er hat kein Schild mehr. Das sieht gut aus. Sollte ich ihn vielleicht jetzt so versuchen, mit den Quick-Movs niederzuringen? Ich glaube, das dauert zu lang. Ich glaube, bis dahin hat er nochmal Rambos eingesetzt und ich bin weg. Aber ich kann ja noch ein bisschen Energiefarm. Er kommt zurück. Er hat Megani. Meganie. Ich habe Eisstrahl. Der müsste jetzt auf jeden Fall reinhauen. Er denkt, okay, ich habe Pflanze. Mache ich das Pokémon von ihm weg. Fertig. Jetzt würde ich vielleicht noch schnell auf Giratina gehen. Damit er eben mein Labras in Ruhe lässt. Noch schnell eine Drachenklaue hier hinterher. Das hat gut funktioniert. Und es reißt den Rest weg. Beide haben noch einen Pokémon. Er kommt wieder mit seinem Stahlos rein. Wer hat jetzt zuerst den Move voll? Ich habe den Move voll. Wir machen einfach wieder Drachenklaue. Oder was ist Drachenklaue? Ich habe wieder nicht geguckt. Was ist das? Drachenklaue. Er steht auch sogar da. Und ja, es sieht gut aus. Er hat nämlich noch sein Giratina da. Wir haben noch unser Labras. Wenn er jetzt einen Move macht. Ah. Okay. Dann halt nicht. Ein bisschen Eis noch auf das Giratina. Hätte gut ausgesehen. Aber das wird mega knapp. Beziehungsweise gar nichts mehr. Genau jetzt war Surfer voll. Ich schwöre. Der Surfer hätte auf jeden Fall gereicht. Den noch niederzumachen. Zwei Kämpfe. Zwei Loses. Das sieht gut aus. Ohne Kamera. Fünf Kämpfe. Fünf Wins. Mit Kamera. Zwei Kämpfe. Zwei Loses. Ich verstehe es nicht. Es ist jedes Mal das Gleiche. Am besten. Ich mache alles wieder aus. Heatran. Noch nie gegen Heatran gekämpft. In einer Hyperliga. Muss ich mir das wieder angucken. So. Der macht keinen Schaden bei mir. Ich mache keinen Schaden bei ihm. Das sieht auch gut aus. Das heißt. Ich lasse das erstmal so drin. Ich habe... Ich... Keine Ahnung. Jeder sagt immer. Wenn es nicht effektiv ist. Wechsel auf was Besseres. Aber... Ich habe keine Ahnung. Wenn ich wechsle. Habe ich das Gefühl sofort. Ich bin am Arsch. Und deswegen wechsle ich nicht. Ich möchte immer. Dass er wechselt. Und ich dann hinterher wechsle. Aber... Das kannst du schlecht. Nicht so in dem Sinne erzwingen. Also wartest du halt einfach ab. Also Labras mit Wasser wäre ja gut. Gegen Feuer. Machomei wäre gut. Mit Kampf gegen Stahl sicherlich. Mit Kampf gegen Stahl sicherlich. Es wäre alles irgendwie besser. Aber ich... Ich traue mich hier nicht raus. Ich weiß nicht. Er frisst das ja auch. Guck mal. Ich habe schon mehr Schaden gemacht als er. Werde ich noch einmal überleben? Ich glaube ja. Wir lassen es mal drauf ankommen. Wir lassen noch einmal seines durch. Eisenschädel. Genau. Und wir werden sicherlich auch noch einmal Drachenklaue anbringen. Und dann... Seht ihr dieses LKW-Rennen. Ist manchmal gar nicht so schlimm. Wenigstens... Kenne ich dann schon sein nächstes Pokémon. Und wenn ich sterbe, kann ich frei entscheiden, was ich reinhole. Als wenn ich jetzt auf irgendwas... Felinara. Da sagt mir mein... Äh... Dass ich wohl auf Labras gehen müsste. Denn Macho Mai wäre direkt weg. Hier kann ich wenigstens so ein bisschen standhalten. Gehe jetzt hier auch wieder auf... Hydro-Pumpe. Server. Server wahrscheinlich. Server steht auch da. So. Setz mal ein. Genau. Wenn du abwehrst, kann ich theoretisch auch abwehren. Obwohl das Labras ja einiges aushält. Aber ich bin schon wieder voll. Was hat der vor? Der hätte bestimmt schon einsetzen können. Der macht wieder irgendwelche Faxen. Der verwirrt mich wieder komplett. Der hat wieder... Der spielt nicht mit rechten Mitteln. Und jetzt, wenn es so lange dauert, vielleicht ist der Gegner auch schon wieder rausgeflogen und ist gar nicht mehr da, oder? Er macht gar keinen Schaden mehr. Na, toll. GBL-Force winnen. Guck dir das an. Da kann ich jetzt ganz gemütlich den Rest hier runterrotzen. Yo, erstes Match gewonnen. Weil der Gegner nicht mehr da ist. Das sind die Tricks bei der GBL, die ihr nutzen müsst, um eben den Gegner zu plädten. Deswegen, immer wenn ihr seht, das dauert mega lange, bis mal ein Wechsel stattfindet oder irgendwas. Hier, es ist egal, was... Weiß ich nicht. Der kann jetzt eigentlich auch kein Schild mehr einsetzen. Der kann nicht mehr angreifen. Der kann gar nichts mehr machen. Wir können jetzt hier einfach nacheinander ein paar Moves noch drauf machen und dann war es das. Es ist schon traurig. Sagt man wieder, der Ramses, der gewinnt immer nur, wenn der Gegner raus ist. Und die Bugs der GBL schmiegen sich immer an Ramses Gewinnserie an. Aber vorhin bei dem Fünfer-Match, ich schwöre, ich habe alles gewonnen ohne Bug. Es war sogar bei zwei Matches so, dass die Gegner dann aufgegeben haben. Könnte man natürlich auch sagen. Ja, die sind rein und haben direkt aufgegeben, weil sie schnell nur das Set noch voll machen wollten. Aber nee, 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 wir haben gekämpft. Und dann gerade, als sie beim letzten Pokémon waren, haben sie aufgegeben, weil sie gesehen haben, dass es zu heftig ist, gegen mich zu battlen. Und deswegen haben sie es mir jetzt doppelt zurückgegeben und haben gleich am Anfang mich zweimal rausgeschmissen. Äh, rausge... Verprügelt. Den Adi habe ich übrigens heute ausgesperrt. Also der lag eben im Flur auf seinem Karton rum und ich habe die Tür jetzt einfach mal zugemacht, dass er nicht zwischendurch reinklettert und wieder über die Tastatur hier rennt und sein Popo überall rumreibt. Der ist nämlich letztens auch hier auf Aufnahme starten, Aufnahme beenden mittendrin. Ich habe dann lauter kleine einzelne Clips gehabt. Das war nicht so gut. Deswegen ist besser, gerade bei einer Aufnahme, ja. Nicht, dass ich hier zocke und plötzlich Aufnahme beenden und ich rede wieder eine Stunde weiter. Und diesmal gibt es zwar Ton, aber halt nur eine Minute und der Rest ist dann fort. Glatziola! Hm, das ist doch scheiße. Das heißt, wir können ja mal aufs... Macho Mai. Diesmal muss ich halt zuerst wechseln. Und hoffen, dass er ein bisschen gnädig mit mir ist. Er hat wieder Galagladi, der halt einfach mega stark gegen mich abliefert und ich halt nicht so mega stark gegen ihn. Das ist dieser Dreckspsychotyp, den er da mitschleppt. Wenigstens konnte ich ein bisschen schaden. Was hätte ich jetzt sonst machen sollen? Ich habe gewechselt, also konnte ich... Ich musste ja mit dem Pokémon jetzt kämpfen. Und mehr als ein paar Charge-Moves raushauen, ist doch jetzt wirklich nicht möglich gewesen. Ja, wenn ich ihn jetzt reinhole, dann ist er, wenn er tot ist, bestimmt gestrebt, direkt wieder sein Glatziola reinzuholen. Aber, da ich ja nicht aktiv gewechselt habe, werde ich wohl dann aufs... Ne, doch, ich habe... Achso, ja, doch, ich habe... Klar, ich habe noch Wartezeit. Ja, egal, 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 egal. Aber wenn er seinen Glatziola wieder reinholt, werde ich dann natürlich auf Labras gehen. Hier mache ich ein bisschen was voll. Das ist auch jetzt voll. Er hat da auch Moves übrig. Wir gehen trotzdem hier drauf. Müssen uns jetzt mal angucken, was er macht. So, er hat beide Schilder, ich habe beide Schilder. Problem ist, wenn ich ihn jetzt mit dem Labras Schaden zufüge und wegboxe, gemütlich, dann ist mein Labras wahrscheinlich dann tot. Und mir bleibt nur noch das Giratina gegen das Glatziola. Das wäre auf jeden Fall eine richtige Gurke. Aber wir können das Giratina jetzt auch nicht wieder reinholen. Er hat jetzt Aquahobit zugemacht. Den kann man gut mitnehmen. Er müsste jetzt endlich mal seine Schilder weghauen. Hau doch mal bitte deine Schilder weg. Du hast deine Schilder immer noch. Was ist los mit dir? Ist das Aquahobit? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt Schiss. Ich brauche das Labras unbedingt gegen das Glatziola. Deswegen, wir nehmen es mal jetzt mit rein. Es war Erdbeben. Der müsste aber jetzt weg sein. Jetzt haben wir immer noch zwei Pokémon trotzdem. Und wir haben hier noch Glatziola. Ist am Start. Wir lassen Glatziola mal durch. Und haben Eissturm. Was im Prinzip nichts macht. Aber der Angriff singt. Wir können einen Surfer draufpacken. Also ich bin gerade selber, weiß ich nicht, ob das noch was wird oder nicht. Was war das? Hat er aufgegeben. Aber er hat doch noch zwei volle Schilder gehabt. Er senkt meinen Angriff. Ich kann eh nicht so viel machen. Er hat noch zwei Schilder. Mein anderes Pokémon, was ich reingeholt hätte, wäre Kanonenfutter für ihn. War das so absehbar, dass er das nicht mehr schafft? Also einmal durch den Bug gewonnen und einmal durch Aufgabe. Ein Kampf steht noch aus, der alles entscheidet. Wenn ich den jetzt gewinne, kriege ich wieder die Pokémon-Belohnung. Die ist auf jeden Fall wichtig für mich immer. Ich freue mich immer, wenn ich eine Pokémon-Belohnung kriege. Weil es mich interessiert, was halt da dann immer drin ist. So, das sieht wieder aus wie LKW. Jetzt könnte man wieder sagen, ja, na, mach nicht das. Mach das andere. Oder hol den. Aber ihr wisst, ich darf nicht wechseln. Also mache ich es ganz gemütlich. Giratina vorne drin. Macht ein bisschen so. Es zieht kaum Schaden, aber... Er schildet nicht. Ich schilde nicht. Aber guck, das ist ja... Das ist noch vertretbar, sage ich mal. Ich hole sogar wieder ein Stück auf, könnte man denken. Im Endeffekt wäre es sinnvoller gewesen, vielleicht Schattenstoß zu machen. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Das ist Ramses Minus. Ich sehe, dass ich so eigentlich immer mehr Schaden bei ihm gemacht habe, als er bei mir. Und dass es sich gut ausgeht. Denn ich werde wahrscheinlich wieder eher zu meinem Move kommen. Ich bin zwar jetzt schon rot, aber jetzt bin ich ja wieder dran. Und es könnte vielleicht sogar reichen, wenn der Move durchgeht und noch zweimal draufgedrückt, dass er weg ist und ich immer noch lebe. Also, ist das dann so falsch, so eine komische Taktik zu fahren? Obwohl, jetzt müsste ich natürlich doch mein Schild einsetzen, weil ich möchte ja natürlich jetzt nicht einfach untergehen. Obwohl, ich hätte ja meinen Mach-O-Mai trotzdem jetzt reinholen können und einmal draufhauen. Aber vielleicht schaffe ich es ja jetzt, je nachdem, was er hat, wenigstens noch einmal einen Move zu bringen auf das Giratina. Habe ich natürlich nicht. Gut. Dann wäre es besser gewesen, ich hätte nicht geschildert und wir hätten einfach mit Mach-O-Mai weitergekämpft gemütlich. Aber egal. Jetzt haben wir ihn. Was machen wir jetzt? Gehen wir zum Eisstrahl über. Schildet er den Ersten? Schildet er den Zweiten? Schildet er gar nichts? Schildet er sonst was? Wir wären jetzt fertig. Wir machen weiter einfach die ganze Zeit. Das hat wahrscheinlich auch nichts mit Ködern zu tun, wenn man sich so viel Zeit lässt, dass er dann denkt, oh, jetzt hat er definitiv den Eisstrahl voll. Aber egal, wir müssen ja sein Schild jetzt trotzdem weghauen. Also wir machen jetzt trotzdem mal den Eisstrahl und wenn wir Glück haben, können wir den nächsten Eisstrahl fast sogar noch hinterher machen. Dann ist er erstmal verwirrt. Er lässt ihn nämlich nicht. Er wechselt jetzt. Auf Toggekiss? Toll. Ausgerechnet Toggekiss. Weißt du? Da wäre ich doch sonst immer mit... 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 Mit Surfer gut zurechtgekommen. Aber jetzt sieht es natürlich schlecht aus, weil ich gleich weg bin und habe auch nur noch... Mach-O-Mai übrig. Ich habe zwar noch ein Schild, aber der macht so viel Schaden jetzt bei mir. Ich werde auch nicht dazu kommen, den Steinhagel einzusetzen. Also hat er mich schön gewurmt, ja. Ich war guter Dinge, dass das noch klappt. Ich hätte mein eigenes Schild von vorhin noch gebraucht. Dann hätte ich das da gehabt, dann hätte ich hier und so, jene, also direkt am Anfang die erste Entscheidung, die wichtig war zu treffen. Ob man schildet oder ob man es sterben lässt. Ob man dann Mach-O-Mai reinholt, war schon... Guck mal, jetzt hätte ich genau noch ein Schild gehabt. Hätte ich das am Anfang nicht eingesetzt. Dann hätte es vielleicht sogar geklappt, einfach noch ein bisschen drauf zu hauen, den Move voll zu haben und dann einfach ihn wegzuklatschen. Aber hat es natürlich nicht gut gekämpft. Leider nur zwei. Diesmal in dem Set. Das heißt, keine Pokémon-Belohnung. Aber egal, Rang 15 ist trotzdem da. Wie gesagt, ich spiele nicht so oft. Ich spiele theoretisch wirklich einfach immer nur, wenn ich das Video aufnehme, gefühlt. Ich spiele einmal drei Sets an einem Wochenende zum Hochladen. Die Woche drauf, nochmal drei Sets am Wochenende zum Hochladen. Dann ist ja schon wieder Wechsel. Dann werde ich wieder ins kalte Wasser geworfen. Es ist wieder eine ganz andere Liga. Du musst wieder gucken, was wie wo. Und das ist jetzt das zweite Mal. Dann geht es ja wieder in der Meisterliga weiter. So, was hat der? Da ist hier irgendwas mit, was Käfer. Käfer. Stahl. Hat er Stahl. Ich habe gar nicht auf Symbol geachtet. Sieht noch nicht sehr effektiv. Sieht aber ganz gut aus. Was kann er sonst machen? Nix. Müssen wir uns mal seine Attacken angucken. Der macht bestimmt auch wieder was Heftiges. Der senkt bestimmt meinen Angriff. Schlagbohrer. Und ansonsten nix. Griselia. Was nimmt man am besten gegen Griselia? Ich probiere es mal mit unserem Labras. Labras ist ganz griffig. Labras fährt halt direkt schon seinen Move voll. Ach nee. Er hat doch Strauchler. Machst du keinen Strauchler? Mein Gott. Ey, dieses dumme... Was nimmt man gegen Griselia? Ich weiß es nicht. Mein Team ist wahrscheinlich Banane. Und das Einzige, was ich gerne gegen Griselia nutzen würde, ist auch noch... Hat auch noch... Ist auch noch Typ Wasser, wo er natürlich mit seinem blöden Strauchler ordentlich Schaden machen kann. Ja, nochmal Strauchler. Das ist sehr schön. Das freut mich richtig für dich. So, Surfer ist aber auch nochmal da. Er hat ja auch noch zwei Schilde. Er könnte natürlich jetzt auch gemütlich mal schilden. Und dann wäre das in Ordnung. Macht er aber nicht. Er ist so überheblich. Guck dir den an. Jetzt wechselt er sogar wieder. Jetzt geht er wieder auf das drauf. Er kennt ja gar nichts. Er hat bestimmt sogar noch einen Strauchler vollgeladen. Mache ich jetzt was? Wechsel ich jetzt? Was soll ich denn machen? Ich weiß es nicht. Komm, wir wechseln einfach mal aus Spaß und gehen mal aufs Mach-O-Mai. Wir lassen es einfach durch. Ich muss es jetzt testen. Wenn nicht, dann brauche ich das Schild lieber bei Labras. Schlagbohrer haut rein. Er hat was Stahl. Sind wir wenigstens effektiv? Und können ihn umhauen? Der Move ist voll. Okay. Hat ein bisschen was gebracht. Ist immer wieder ein gefundenes Fressen fürs Griselia, dann, wenn es reinkommt. Ist natürlich nochmal abgewehrt. Abgewehrt. Okay. Er wird wahrscheinlich auch nochmal sein Move-Hits machen. Lass mal aber durch. Was ich noch gar nicht getestet habe. Was ist denn, wenn wir Giratina nehmen und machen Schattenstoß aufs Griselia. Achso, jetzt kommt Sumpex rein. Na gut, dann hat sich das auch erledigt. Er hat sein Griselia bestimmt schön gespeichert mit dämlichen Moves. Was wollte ich jetzt? Schilden, nicht schilden? Ich weiß nicht, was er macht. Wenn er Aquahubitze macht, macht er Aquahubitze, werde ich es überleben. Ja, aber wie sieht es aus? Er macht bestimmt, jetzt macht er seine dämliche Attacke beim Griselia. Dann wäre ich es halt jetzt mal ab. Mondgewalt ist okay. Lass mich das jetzt umhauen hier. Lass mal einmal Drachenpuls drauf machen oder so. Dann ist das weg. Wenn ich noch länger gewartet hätte, hätte er bestimmt wieder eine Move voll gehabt. Beim Sumpex hat er auf jeden Fall eben erst was gemacht. Da kann er eigentlich gar nichts haben. Und wenn, dann frisst das Giratina das. So, hau mal raus deine Moves, die du hast. Aber was hat Labras? Labras ist Leia, glaube ich. Labras ist Leia. Oder? Ja, es muss komplett es muss komplett füllen. Wenn er jetzt natürlich eine Aquahubitze macht, könnte ich das trotzdem noch überleben. Und vielleicht packe ich es noch mit dem Surfer drauf. Und? Aquahubitze? Ja, es lebt und es kommt ein Surfer hinterher. Alter, warum hat er jetzt so lange gedauert? Er hat lange gedauert, aber er ging noch durch. Und er hat auch kein Schild mehr. Und er ist auch weg. War das jetzt das Erste? Vom zweiten Set? Ja, oder? Gut. So sehen Sieger aus. Genau, so muss das aussehen. Ganz gemütlich, ganz locker aus der Hüfte rausgeschüttelt. Boah, mir tropft die Schweißperlen runter. Ich sterbe gleich. Mein Herz und weiter nächste Runde. Wie gesagt, wenn ich eine wenn ich wenn ich eine Runde habe, also wenn ich ein Set habe, wo ich fünf verlieren würde, dann würde ich auch aufhören. Beim letzten Mal war es ja immer so, ich habe vier von fünf verloren und habe gesagt, so, wenn ich das fünfte auch noch verliere, dann ist die Folge aus. Und dann habe ich das letzte natürlich gewonnen und dann musste ich natürlich noch ein Set spielen und noch eins, um einen immer so bei der Stange zu halten. Das ist auch wieder kompletter Schwachsinn. Aber egal, wir machen das Spiel mal mit. Ihr seht, ich habe schon mehr Schaden bei ihm gemacht, als er bei mir. Er macht Drachenklaue. Ich mache auch mal Drachenklaue, weil es ja schneller volle ist und weil ich ja eh an sich mehr Schaden mit dem Quickboove mache. Wenn er jetzt natürlich abwehrt, dann könnten wir auch abwehren. Ihr seht, er ist schon im Gelben, ich noch nicht. Ich bin jetzt erst in den Gelben gekommen. Jetzt würde ich wahrscheinlich aber abwehren. Und er ja wahrscheinlich auch. Also, aha. Ja, Rameses, nimm doch Lapras. Das geht auch richtig gut ab. Lapras, der Boss. Jetzt müssen wir hier den auch schon wieder raushauen. Mit den Quickmoves hätten wir es nicht geschafft. Aber machen wir halt. Vielleicht wehrt er ja trotzdem ab. Ja, er wehrt auch ab. Und er haut mich wahrscheinlich jetzt um. Oder? Oder? Ja, 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 ja. Den Schild spare ich mir. Und selbst wenn er mich raushaut, ein Move von Lapras müsste reichen und er ist weg. Komm, fall nieder. Hau ab. Geh weg. Und zeig mir, was du hast. Ich kann noch einmal jetzt auf Maromai wechseln. Je nachdem, was du da hast. Ich muss nicht mal wechseln. Denn Lapras gegen Togekiss ist eigentlich für mich ganz gut. Ich weiß nicht, wie er das sieht. Ich schaffe das gerne. Auf jeden Fall besser als Machomai. So, er lässt einen durch. Ich bräuchte bei ihm gar nicht abwehren jetzt in dem Moment. Er greift noch an. Er greift noch mehr an. Obwohl, ich wäre doch lieber ab, weil ich jetzt schon etliche seine Energie verloren habe. Und ich jetzt auch meine Moves schon voll habe. ich aber trotzdem ihn gleich weg habe und dann noch mal einen Surfer machen kann. Ja, mach mal hier einen Surfer drauf. Er hat natürlich jetzt das... Hat er mich wieder veräppelt. Hat er wieder rausgewechselt. Aber egal. Der nächste Surfer müsste ja auch voll sein. Sumpax, du bestehst aus Wasser und hast Schaden von Wasser, weil du bist auch Boden. Das freut mich eigentlich. Jetzt hat er auch noch abgewehrt. Vielleicht, wenn er eine Aqua-Hubitze schafft, überlebe ich die und kann selbst noch einen Surfer draufpacken. Dann hat er auch richtig gut Schaden mitgenommen. Rückkehr. Toll. Damit kann ich gar nichts anfangen. Ja, und jetzt wäre es natürlich... Jetzt bräuchte ich aber schon irgendwie mal... Ja, vielleicht einen Steinkandel... Ach, Steinhagel auf das... Steinhagel auf das Toggle-Kiss. Schaffe ich es denn, ihn so irgendwie niederzumachen? Ja, hab verloren. Gut. Ich hätte einfach meinen Move machen sollen, dann wäre er weg gewesen. Vielleicht hätte das beim Toggle-Kiss auch gereicht, durch zwei, drei Mal so draufklatschen. Nö, habe ich natürlich zu lange gewartet und bin weg. Das war Schwachsinn. Das war nix. Das war Mist. Das habe ich selber verbaut. Das gebe ich zu. Ich kann es ja auch schlecht verleugnen jetzt. Ich habe nicht mehr im Kopf gehabt, wie viel Toggle-Kiss gehabt hat. Bei Toggle-Kiss bei Macho Mai ein, zwei Attacken, zack, Macho Mai weg. Also wenn das Toggle-Kiss nur ein ganz kleines Fützelchen gehabt hätte, wäre es vielleicht sogar ausgegangen, wenn ich so einen Kreuzhieb gehabt hätte. Einen für's Einen für's Sumpex und ein Eis. Einen für's Sumpex und natürlich ein für's Toggle-Kiss und dann hätte das trotzdem auch gereicht. Es ist jetzt nicht schlau, hier mit einem Drachen gegen ein Eis Pokémon zu kämpfen, aber irgendwie den seine Moves machen ja trotzdem nicht so viel Schaden, glaube ich. Was hat er? Hat er nicht auch Eissturm, Eisstrahl, irgendwas? Ne, Eissturm, was vielleicht nur die Attacke senkt. Hier sehr effektiv, aber ja gut, Angriff singt trotzdem. Das ist egal, das gehe ich gerade entspannt an, immer noch. Da mache ich mir jetzt noch nicht ins Höschen, auch wenn das jetzt kaum noch was abzieht, egal. Mach, 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 mach. Lass deinen letzten Move auch noch auf mich drauf rasseln, den du jetzt wahrscheinlich voll hast. Nein! Und ich jetzt hier reinkomme und sage, jetzt kriegst du es! Ich habe das falsche Pokémon. Zeig, was du kannst. Eissturm. Und schon singender Angriff. Und nochmal Eissturm oder wie, jetzt muss ich aber trotzdem das mal abwehren. Der muss mit dem Quickboot jetzt weg. Woher singender Angriff nochmal, ja? Das heißt, ich habe gleich gar keinen Angriff mehr und kann gar nichts mehr machen, weil er einfach alles halt niedergemacht hat. Jetzt wäre es doch vielleicht ganz günstig auf Giratina zu wechseln, aber er kann natürlich jetzt, ach, auf Lapras meine ich, er kann natürlich jetzt aber auch wechseln. Ich probiere es mal, wir wechseln mal aus. Ach, und er haut wieder ab. Und er geht auf Riggis Deal. Jetzt wäre natürlich das Mach-O-Mai ganz chillig gewesen, aber das habe ich natürlich jetzt nicht mehr. So, Riggis Deal habe ich zum Beispiel auch noch nie in der Hyperliga gespielt. Riggis Deal habe ich immer nur in der Superliga und das, manchmal ist es ein Glücksbringer, manchmal ist es die größte Belastung, die es überhaupt gibt. der hat bestimmt Fokus Stoß und haut mich jetzt mit einmal weg. Oh, Fokus Stoß, genau. Das hat er aber schön gemacht. Ich kann doch nicht mein letztes Schild jetzt hier raushauen, obwohl doch eigentlich schon. ich muss ein bisschen noch Zeit schinden, bis ich wieder wechseln kann auf mein Mach-O-Mai. Ich meine, er macht ja mit Zielschüssen nicht viel Schaden. Bevor er nochmal Fokus Stoß macht, lieber auf den Surfer gehen. Lichtkanone, ja, egal. Jetzt hätte ich schon aufs Mach-O-Mai gehen können, egal. Wir haben jetzt ihn hier drin, wir wechseln mal jetzt auf, jetzt wechselt er auch, will der mich verarschen und er hat immer noch seinen ganzen, er hat seine Schilder natürlich noch alle vor. Wieso wechselt er denn jetzt raus? Weil er wusste, dass ich wechsel? Wer hat ihm das verraten? Das wäre doch so gut gegangen eben. Also hätte ich nicht gewechselt. Jetzt hat er natürlich noch alle Schilde voll. Und ich, was habe ich? Labras. Wow, los Labras. Zeig was du kannst. Mach wenigstens mal ein Schild von ihm weg. Eigentlich ist er so gut drauf, der könnte das sogar durchgehen lassen und es wäre nicht weiter schlimm. Er schildert aber trotzdem. Macht noch seinen letzten Move und das war's. Leute, es war es. Und Drachenklaue einmal weg. Also einen gewonnen, einen verloren, das muss noch nichts sein. Drei Matches sind es noch. Ne, da habe ich schon zwei verloren. Weiß ich gerade nicht. Das geht hier so rapide. Das fand ich wirklich, letzte Folge, fand ich das so gemütlich, so schön. Das hat so viel Spaß gemacht. Jetzt bist du wieder ein Stück weiter. Dann wird es wieder ein bisschen krimineller. Ich kann nur einfach die Tonspur nehmen unter das andere. Das merkt man nicht. Man merkt ja die Frustration jetzt in dieser Folge. In der anderen, die Freude und das Glück aus der letzten Folge kann man nicht zurückbringen. so, Giratina, Slimog, das ist genauso, wo ich immer dastehe und immer keine Ahnung habe, was abgeht. Also eigentlich müsste man, wenn man weiß, dass man öfters mal auf Slimog trifft, sich ja einfach nur mal erkundigen, was gut ist gegen Slimog. Ich meine, das ist hier Unlicht. Kampf. Ja, lassen wir mal durch. Der hat bestimmt Säurespeier oder sowas. Ne, hat finster Aura. Okay. Mein Fehler. Ich finde trotzdem, dass das mit der Drachenklau so ganz gut funktioniert. Ich bin auch am überlegen, ob ich dann schilden soll oder ob ich das Giratina einfach opfere und weglasse. Ich wüsste gerade nicht mit, was ich sonst, ja, kommt drauf an, was hat er denn dann? Was hat er, was hab ich? Wenn ich noch ein bisschen rummache, habe ich das Giratina noch am Start. Ich schilde trotzdem mal. Wir nehmen es mal mit. Müssten jetzt aber versuchen, wäre der mit Quickmoves noch geworden? Ich weiß es nicht. Ich möchte nicht wieder verzichten auf den Chargemove in der Hoffnung, der Quickmoves schafft und dann kommt er nicht zum Einsatz und dann bist du weg und stirbst mit einem vollen Chargemove. Das finde ich eigentlich viel schlimmer. Relaxo am Start. Gut. Dann weiß ich ja, wie ich ihn nicht reinhole, aber dann weiß ich, dass er wahrscheinlich auch gleich wechseln wird. Aber ich kann ja auch wechseln, wenn er wechselt. Das ist es nicht. Soll ich einfach blind wechseln oder soll ich einfach hier bleiben? Was hat er jetzt? Weiß ich nicht. Bodyslam? Kraftkoloss? Alles klar. So, Verteidigung sinkt, Angriff sinkt. Er nimmt auch jetzt mega viel Schaden und macht selber nicht mehr so viel. Gucken wir uns mal an. Fettbauch Randy. Er wechselt natürlich und er wechselt auf Bisaflor. Aber jetzt wieder niemals auf Bisa, niemals auf Labras wechseln, wenn Bisaflor reinkommt. Das ist einfach so krass. Das ist der beste Pflanzenangreifer. Der macht sich kaputt, Ramses, macht das nicht und ich hole natürlich Labras rein und kann auch nicht mal großartig was machen, weil er hat ja noch sein Schild. Selbst wenn man es einmal geschafft hat, den Eisstrahl voll zu machen, was super gegangen wäre, aber das dauert viel zu lang. In der Zeit hat er 20 Mal seine Flora-Stator gemacht. Er muss auch jetzt nicht großartig irgendwelche Charge-Moves machen, im Normalfall. Jetzt habe ich das Schild weggedrückt direkt. Aber egal, das brauchen wir ja eh nicht. Wir sind ja hier mit Macho Mai am Start. Also ich weiß nicht, was das noch wird. Ja? Ich kann da nichts versprechen gerade. Er macht ein Kreuz-Sieb, das ist nicht effektiv. Wir müssen ein bisschen noch überleben, wenigstens. Wir haben noch unser Schild. Ich habe weniger als er. Er macht glaube ich auch mehr Schaden als ich. Selbst wenn ich es noch einmal vollkriege, hat das Sinn. Ich glaube, ich muss trotzdem den Kreuz-Sieb bei ihm machen und hoffen, dass zwei, drei Schläge beim Relaxo ausreichen, ohne dass Relaxo großartig bei mir jetzt irgendwie noch Schaden machen kann. Aber ich habe halt wirklich so gut wie gar nichts mehr da. Und es reicht natürlich gar nicht. ja, es hat nichts gemacht. Eingewonnen, zwei verloren. Zwei stehen noch aus in dem Set. Jetzt denken wir wieder, Ramses, warum nimmst du denn auch nicht ein anderes Team, ey? Das Team, das ist so unausgewogen. Du siehst, die Leute passen sich an mit der Zeit. die stellen ihr Team um. Die passen auf, wenn Attackenänderungen eintreten und alles. Da wird immer dran rumgeschustert. Du kannst mit dem alten Team einfach nicht bestehen, was du vor zehn Jahren gemacht hast und stumpf darauf schwören. Komisch, dass es letzte Folge ging. Letzte Folge war das alles kein Problem. Ja, konnte ich das nehmen und dann ging das so gut weiter. So, er hat zuerst gewechselt. Das heißt, ich werde auch gleich wieder auf meinen Labras gehen. Schade, dass ich den vollen Quick Move jetzt gar nicht mitgenommen habe. Den vollen Charge Move also aufgehoben habe für später oder irgendwas. Aber das macht irgendwie immer so. Der wechselt und weil ich nicht weiß, auf was er wechselt, wechsel ich auch noch nicht und erst wenn ich sehe, zu was er gewechselt hat, habe ich schon meinen Move eingeloggt. Das ist irgendwie immer so. Das passiert mir jedes Mal. Warum ist der jetzt so gut gegen mich? Hat er wieder einen anderen Move? Jetzt habe ich auch noch das Schild abgelehnt, weil ich überhaupt gar nicht bei der Sache war. Ich brauche doch das Labras. Mit was will ich denn sonst hier gegen Felinara antreten? Ich brauche jetzt hier keinen. Mach um mal reinholen. Jetzt hole ich wieder das Giratina rein. Oh mein Gott. Giratina, es tut mir so leid. Das war keine Absicht. Das Labras hat nicht aufgepasst. Das Labras hätte auf den Knopf drücken müssen. Warum schildest du denn nicht? Weil du genau weißt, dass es keinen Schaden macht. Jetzt fängt es wieder an, rumzukratzen die ganze Zeit. Wie sollen wir sich denn auch konzentrieren? Ja komm, gib mir die gegnerische Attacke, dafür schilde ich jetzt mal. Dann kannst du mir zeigen, wirklich hier. Bist du ein Mann, bist du eine Maus? Knüppelrot, dieser Schild. Eins, zwei, Polizei, zack, komm, ein Kreuzzieb vielleicht reicht aus, um wenigstens das für die Nara aus dem Rennen zu nehmen. Hab ja noch ein Schild übrig dann. Du gehst weg. Aquana, okay, hauen wir auch mal drauf. Aquana hat doch keine Verteidigung, oder? Das ist doch ein Weichtier. Ich muss es abwehren, das ist also eigentlich schon wieder gut. Drei verloren, eingeworben, einer steht noch aus, Nassschweif ist noch dabei. Die Krankheit macht mir auch zu schaffen. Das sind meine letzten Tage in der GBL, bevor ich immer nicht dahin kribiere. Jetzt wäre es vielleicht gut, mal einen Schluck zu trinken, aber ich habe leider nichts da. So, jetzt ein Nassschweif und weg bin ich. Braucht es nicht mal. Einfach weg ohne Nassschweif. So, wunderbar ist das doch. Vielleicht schaffe ich aber wenigstens den letzten. sind das schon alle gewesen? Gut gekämpft. Das waren schon alle fünf von fünf. Mensch, da hätte es doch überall Sonderbonbons gegeben. Jetzt habe ich nur einen einzelnen geschafft. Unterring Rang 16. Ich bin so gut, guckt euch das an. Einfach so Rang 16 durchgerusht. Mein Ziel ist ja einfach nur, wie gesagt, die Top-Lade-TM zu holen auf Rang 19 oder wie es sie gibt. Mehr möchte ich doch gar nicht. Also, ist doch alles in Ordnung. Es sind doch nur noch drei Ränge gefühlt. 16 auf 17, 17 auf 18, 18 auf 19, dann passt das. Altes Leid. Giratiner, Giratiner. Jetzt darf er wieder zuerst. Warum? Hat er etwa mehr Angriff? Hat er mehr WP? Ist ja ein Level höher. Warum darf er zuerst? Guckt euch die WP an. Flunschlik. Oh, Flunschlik, Flunschlik, Flunschlik. Ist das jetzt das oder das andere? Muss ich jetzt auf Labras? Geh mal auf Labras? Bisschen Wasser? Vielleicht? Hatte der? Nein, der hatte keine Elektromoves, oder? Aber er hat wieder Angriff. Steinhagel! So! Den wäre er doch ab. Ja. Und er wäre noch was ab. Kann man damit Machomai eigentlich was anrichten? Wenn das Machomai Kampf gegen Stahl hätte man ja mal ausprobieren können. Obwohl mein Labras eh gleich tot ist, dann gibt es nichts mehr zum probieren, sondern man muss es eh rein ins brennen und muss sich beweisen. Woher können wir trotzdem versuchen die Schilde wegzunehmen. Vielleicht, weil der nicht so viel Schaden macht, können wir jetzt auch mal ein Schild wegnehmen nehmen und ein Server wird sicherlich noch passen. Komm, ein Server kommt noch durch. Er wechselt natürlich wieder. Dann wechselt er halt, das ist auch kein Thema. Dann gibt es halt hier den Server. Du arbeitest nicht wirklich, das ist, man hat komplett den Tunnelblick. Also ich habe den Tunnelblick, ja. Der Gegner immer so Stück für Stück und dann wenn er weiß, jetzt habe ich ihn, dann geht er taktisch klug vor, wechselt einfach aus, macht was anderes und ich stehe wieder bei Null und muss mich vorarbeiten. Wo hat man denn so schlaue Gegner? Oh mein Gott, könnte sie nicht anpassen. So, jetzt hier, hau mal raus, Aquahorbitze. Hast du die jetzt gleich wenigstens nicht. Aber was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt aufs Machomai? Geh mal aufs Machomai. Hau mal drauf hier. So, wenn jetzt das Wunsch nicht reinkommt, hau es auch drauf. Nein, jetzt kommt das Giratina rein. Ganz gechillt. Und jetzt wäre ich doch lieber auch auf Steinhagel gegangen, aber es hat schon wieder da drüben eingeloggt, nur weil mein Finger so breit ist, dass er immer auf beiden Seiten gleichzeitig rummehrt. Also, was mache ich jetzt? Nichts. Jetzt warte ich bis der voll ist und der haut mir volle Breitseide was rein und dann bin ich vielleicht schon weg. Nö, macht gar nichts. Okay, dann nehmen wir jetzt aber den Steinhagel. Er ist bestimmt ultra nervig, wenn man die ganze Zeit am rumhusten ist. So, so, so. Jetzt macht er einen. jetzt bin ich aber gleich fort. Hat er was aufgeladen beim Flunschleck? Ich weiß es nicht. Oder soll ich jetzt hier wechseln? Er hat noch einen in petto. Er ist ja schlau. Jetzt wollte ich eigentlich wechseln, aber ich kam gar nicht dazu. Weil der so fies ist, dass er einfach so schon den Sack zumacht. Jetzt kommt er wieder mit seinem Flunschleck rein. Ja, das ist Schattenstoß. Erkennt man an den Zeichen. Erkennt man daran, dass es halt nicht viel bringt. Aber egal. Erdbeben. Ja, das musste ja jetzt natürlich sein. Ja, er hat natürlich nochmal seine Antage wollen. Ja, er hat natürlich noch eine dritte Antage. Ja, natürlich hat er unendlich Energie auch noch dazu. Nein, Ramses, du bist einfach schlecht. Gib's einfach zu. Jetzt wäre sogar, da kam die Zeit, die abgelaufen ist, in 15 Sekunden hätte entschieden, wer die meiste Energie insgesamt noch hat, bei seinen lausigen verbliebenen Bogemon. Das hätte dann das Ergebnis euch mitgeteilt. So, nächste Runde. Es tut mir so leid. Nehme das übrigens jetzt hier direkt am Montag auf, weil Montag diesmal die Mama nicht da war, weil Montag Feiertag war und Montag weiß ich nicht. Schon wieder irgendeine Wahlkampf Veranstaltung war auf dem Markt. Also wundert euch nicht am Wochenende, wenn ihr das seht. Falls es mir am Freitag gut ging, wieso es mir Samstag in dem Video plötzlich wieder schlecht geht. Das ist alles Schauspielerei. Ja, was mache ich hier jetzt hier eigentlich gut eigentlich könntest du doch wenn du schon dann Stahl Pokemon hast auf Schatten Stoß gehen. Habe ich jetzt vermasselt beim ersten Mal. Ansonsten würde doch auch Machomai ganz chillig sein. Aber dafür müssen wir wechseln. Weil wir immer nicht wechseln wollen, verzichten mal auf Machomai und probieren es hier mal mit Geist Moves Guck Geist Moves Sieht gut aus Brauchen wir das Giratina noch oder brauchen wir es nicht? Wir schilden mal nicht. Wir lassen es mal hier Bekanntschaft mit Machomai Beide noch Schilder obwohl gerade wenn beide Schilder haben ist das ja eigentlich das schlimmste was sein kann. Rosarad ist jetzt auch wieder so ein Teil wow ich habe Labras ein Eis Pokémon mit Eis Moves aber es ist Pflanze gegen Wasser also so richtig bringt mir das auch nichts im Endeffekt hier der schildert nicht mal der macht gar nichts der lässt mich einfach hier meine Moves machen und sagt ich weiß dass das nicht viel macht und deswegen zieh ruhig durch Bruder du fällst eh bevor ich fall das sieht man schon jetzt aber eine gute Sache wenn er natürlich vor mir schildert kann ich getrost auch schildern weil er zuerst geschildert hat ich ruhe mich immer auf so was aus auf so Kleinigkeiten und jetzt hat er bestimmt 5 Mal schon sein Move voll ansonsten verstehe ich es nicht seine Taktik die aber trotzdem wahrscheinlich zum Erfolg führt denn entweder ist sein zweites jetzt hier den Rest schnell runter kriegt ohne dass er was machen kann hat er nur noch genau eins ich habe genau nur noch eins und er hat dieser flora aber diesmal kann ich auf den eisstrahl gehen und habe noch ein Schild und er hat jetzt schon weniger Energie als ich flora Stado komm egal hier eisstrahl muss her gibt mir eisstrahl Bruder jetzt muss ich nur noch treffen also man kann ja nicht daneben schießen aber ich muss die Dinger hier treffen im Minispiel dass er den jetzt einfach übelst weg rußt so so muss das aussehen das ist das zweite noch drei stück wir sind schon wieder bei 49 sekunden ich glaube diesmal wird es die schlimmste Folge vom Sound her von der Stimme her von der Sprache her von der husterei her wir haben übrigens schon lange nicht mehr gehustet wir sollen in regelmäßigen abständen husten dann ist das besser als wenn die ganze zeit nix ist und alles auf einmal lieber so rhythmisches husten in gleichmäßigen abständen kann man gut für zu hause auch nachmachen können mal probieren makoto 37402 kampf beginnt gut kannst du machen vor allem wird jedes mal mein akku leer davon und dann wundere ich mich werde ich nichts mehr machen kann stadtobohr bruder dann lass uns auch mal auf schattenstoß gehen direkt zum anfang weil hat mir ein vögelchen gezwitschert alles was stahl ist kannst du mit boom guck dir das an damit hätte er nicht gerechnet so was er macht ist mir eigentlich egal weil ich habe Giratine am start jetzt bringt er mich wahrscheinlich um schlag bohrer ja der hat sogar mehr reingehauen als ich dachte felinara es ist so schön dass du wieder da bist und ich jetzt wieder keine ahnung was ich machen soll das Giratine werden wir wohl einfach jetzt opfern um dann aufs äh labras zu gehen das hat einmal gut geklappt mit labras dann hat es plötzlich nicht so gut geklappt mit labras es liegt also auch immer an dem move den er hat an seiner sofort attacke jetzt sieht es komischerweise wieder gut aus vorhin sah es nicht gut aus so jetzt zieht es auch ordentlich was ab und jetzt hat er auch nicht geschildet und jetzt möchte ich bitte meinen labras behalten und mit dem labras einfach alles andere machen den ganzen rest ja der schildet sicherlich jetzt eh denke ich mal oder er hat noch was gutes in der rückhand wofür er sich aufhebt was macht er er schildet nicht oh die größte Bedrohung ist weg und Granbull ist noch am start da bin ich mal gespannt aber da kann ich jetzt auf das mache nichts geben das leider so so mach mach jetzt hier dein genau mach den jetzt lass mich mal hier raus wechseln dann mach halt mein mach kaputt mir egal mach es kaputt setz dein move ein oder so aber lass mein labras in ruhe bei labras muss ich gucken ich habe noch ein schild und ich kann dann noch einmal durchziehen dass das vielleicht was bringt ich überlebe es sogar hier noch ein Stück erst mal oder was sagst du so jetzt bin ich hier mit labras am start ach du scheiß labras hat viel zu wenig energie nein was hat mir jetzt das eine schild gebracht ich dachte er hat noch was und er kann er noch mal schilden und dann sein move vielleicht sollte man nicht einfach denken sondern einfach gucken wie es ist ja nicht einfach denken ich habe bestimmt noch so und so viel energie übrig guck doch hin du siehst doch wie viel energie da ist also vor dem wechsel nach dem wechsel ist schlecht dann musst du wieder denken denken du sollst denken ja du sollst lenken nicht denken und naja ihr seht beim lenken passiert auch nichts also bringt nichts so Obi-Wan Kenobi ist auch bringt mich jetzt nicht in die bredouille drachenklaue das sieht gut aus oder macht der was ja der macht was es nimmt also noch moves ab wir lassen es mal durch hat jetzt ein bisschen rum gemäht kann sein dass es schon erdbeben ist ja trotzdem vertraue ich drauf das ist jetzt aber Aqua Hobitze oder komm den lasse ich auch durch und jetzt mit dem müsste ich ihn nieder ringen oder ein Schild raus ziehen er macht nichts er macht nichts er fällt um Melmetal wow jetzt auf Schattenstoß das wärs doch er lässt mich glaube ich meinen Move voll machen oh oh das war leider nicht das war leider nicht gut getroffen und er macht weiter sein Move voll dass er den gleich zwei Millionen mal machen kann lass ich trotzdem jetzt mal durch holt dann das Mario bei rein obwohl das Mario mal so wenig Verteidigung und alles hat dass das Mario wahrscheinlich gleich um fällt Melmetal du Sau ich hab da was für dich den muss ich schützen den brauche ich jetzt wirklich der macht sicherlich jetzt direkt noch einen direkt noch einen und dann noch einen und dann macht er vielleicht noch einen oder so oder ich weiß es nicht ich ich muss noch ein Schild rausholen das ist jetzt besser dafür da verfüllen sich ja die Charge Moves noch ein bisschen auf und er ist weg und ich habe keine Schilde mehr und er hat noch zwei Pokémon so jetzt hätte ich trotzdem besser auf siehst du er lässt das nämlich durch weil er weiß dass das nichts macht trotzdem besser auf Steinhagel gehen sollen schaffen wir es denn zum Steinhagel den wäre besser zu schilden oder er lässt ihn auch durch ich weiß nicht wie sicher er sich ist aber er hat ja so er macht mal einen Move wenn ich den jetzt überlebe sollte ich vielleicht auf Slapras wechseln und eben direkt angreifen mit Eis Greif mal an mit Eis wir können ja nicht schilden ich glaube nicht dass er dazu kommt zweimal seine Schilde jetzt noch einzusetzen guck mal Antikkraft hat auch kaum was abgenommen also gut jetzt sein erstes Schild würde jetzt einsetzen aber wir haben noch viel zu viel Energie wir stehen viel zu gut da das kann eigentlich gar nicht zu seinen Gunsten hier verlaufen guck mal es zieht ab wenn er nochmal Antikkraft macht dürfte ich das auch überleben ich hätte jetzt auch auf Maromai gewechselt und ihn geopfert aber der ist gerade nicht verfügbar Drachenklaue das ist auch nicht so stark ein zweites Schild geht jetzt weg dann ist er Futter ne für die Fische ich kann immer noch nicht wechseln er macht nochmal den Move das könnte jetzt das Ende für mich bedeuten aber er hat so wenig und ich glaube nicht dass er noch einen Charge Move geladen hat irgendwo es reicht sogar noch er ist weg er ist weg dank Labras Labras die Erlösung jetzt neu auf Blu-ray überall erhält wäre das vielleicht ein Videotitel Labras die Erlösung so den müsste ich mir eigentlich wieder aufschreiben oder ich muss dann wieder ich hab nichts zum schreiben da merkt euch mal schreibt mal drunter wie der Videotitel hieß falls ich den falschen gewählt habe das einmal vorwärts einmal rückwärts was heißt Rams ist der dicke rückwärts geschrieben so nenne ich mich jetzt Labras wow guck mal wechsel du doch auch ja komm direkt hier mit Charge Move rein was hat der bitteschön Surfer ohne Scheiß ich finde ja okay Surfer kannst du gut einsetzen aber so schnell wie der jetzt den Surfer eingesetzt hat so schnell ging meiner noch nie das musste man nachmessen dann siehst du das auch dass das voll die Farce ist voll die Farce einfach nur da werde ich jetzt wahrscheinlich sterben also Schild raus und fertig ich würde ja gerne jetzt auf den Stein Hagel hoch gehen aber ich glaube bis ich da hinkommen habe ich gar kein Schild mehr oh jetzt ich bin sogar da er denkt eh ich mache kreuzi und er lässt es durch ist das ein trottel ach ist der das war da tut er mir jetzt voll leid da habe ich ihn eiskalt erwischt aber wenn er sowieso mit seinem labras zurück kommen möchte kann ich dann mit meinem labras hier reinkommen und das mieser floor weg machen und ihm zeigen ich habe auch sowas guck und hat am verross und grillt mich dann wechsle ich halt raus und hab giratina am start so einfach ist es nämlich weiß nicht ob mir das jetzt was bringt aber gucken wir sonst mal an den ruhe hat er auch noch zwei schilder und den lasse ich durch drachen puls okay der war saftig jetzt ist wieder labras am start jetzt müsste ich eigentlich wieder wechseln aber ich kann jetzt nicht wechseln jetzt kann er schön mit seinem labras meins äh meinen giratina kaputt machen ja da kann er sich jetzt drauf ausruhen auf dem labras oben drauf labras gegen labras surfer am start aber er hat noch zwei schilde und sobald er wechseln kann wechselt er sicherlich eh auf sein dämliches also ich müsste mir die schilde jetzt aufheben bis sein dämliches wieder dämlichen dann oben drauf geben ihn versuchen solange hier mit quick moves beizukommen ich sehe das macht ja nicht viel ich muss ganz schnell hier lad das auf lad das auf lass ruhig durch lass ruhig durch und lad das auf lad das auf und lass das durch neuer videotitel hier Ampharos ist da schnell Ampharos jetzt hättest du doch Eis machen können ja aber der schildert sicherlich eh egal was ich mache weil der braucht das Ampharos und wenn er schildert kann ich versuchen gleich nochmal hinterher zu setzen damit die Schilde einfach weggehen und was wir da auch schildern so wie ich ihn kennen vielleicht schilder ich es einfach nur von ihm abzuwehren und selber zu schildern denn wenn der jetzt hier was macht dann naja ihr wisst ja wie es ausgeht Donnerschlag ich glaube er hat ja ganz großes kino er hat natürlich wieder voll ich habe auch voll die schnauze aber ja der war trocken war das jetzt drei vier vier glaube ich einer muss noch einer steht glaube ich noch aus nö steht gar keiner aus ist schon wieder vorbei die wilde fahrt 16 auf 17 ganz kurz gezogen 2 5 dabei guck dir die hässliche statistik an 66 von 120 gut wir sind immer noch über 50 prozent beim letzten mal deutlich besser und und ich würde sagen ich kann ja heimlich für mich noch ein bisschen spielen ihr könnt ja mal reinschreiben nochmal was ihr die ganze zeit nehmt in der hyperliga mit was ihr kämpft wie euer team aussieht sonst was kämpft ihr die hyperliga classic kämpft ihr im remix sonst was hin und her was macht ihr da was gibt es sonst noch und auch dieser go kampftag ist bei mir komplett ich hatte gar keine zeit ich habe mit thomas zwölf stunden gestreamt kampftag gab es bei mir gar nicht ich habe jetzt hier wieder mal drei sets gespielt und jetzt habe ich sozusagen wieder eine woche ruhe das war es auf jeden fall jetzt von meiner seite aus wir sehen uns beim nächsten mal ramses minus der euch zeigt wie man es nicht macht peace out vorhaut euer ramses peace out peace out peace out